Ich hatte es doch recht, hatte einen Danks von 2. Wie stark? War bei mir irgendwie sicher, dass ich einen höheren hatte. Ähm... Die Mondtüllen bringen so gut wie gar nichts. Nein, da findest du nur Käse-Arts. Was du zu Käse machen kannst und den kannst du natürlich wieder essen. Toll. Mondkäse. Ja. So in der Art. Äh, was ist das? Was gibt es Sieve Expansion? Okay. Cassie, wir haben eine Quest. Wir müssen sehr viel sieben, um ganz viel rauszukriegen. Was hast du denn jetzt alles rausbekommen? Wörf mir das mal bitte zu. Alles was du aus dem 7 rausbekommen hast, weil da gibt es eine Quest. Du musst... Wir müssen definitiv mal alles durch sieben. Es gibt da drei Quests. Ähm... Wir brauchen noch eine Kartoffel, eine Karotte, ein Zuckerkenn und ein Kaktusseed und ein Pumpkinsseed. Dann haben wir die nächste Quest abgeschlossen und hier brauchen wir noch einmal Accident Spores. Also Moondirt, Moontorf, alles durch sieben. Gold. Kann es sein, dass ich das Zeug alles einsammeln? Hehehehe. Wooft bei mir. Ne, Cassie, ich will dann die Quest abgeben. Deswegen... Oh... Shit, ne. Was hast du denn? Das läuft. Oh. Ein Zombiespawn Eye. Wie toll. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ein Zombiespawn Eye haben Ocean Square und eh ein Anderman. braucht man die für irgendwas ich behalten die kannst du später für blood magic benutzen wenn du soweit bist dass du die viecher opfern kannst ein bisschen was also du musst dort muss man auf jeden fall durch sieben ist der haupt questding aber es lohnt sich das nebenbei zu machen für einige sachen sieht man die sechs dort durch die wir hier haben kassi du kannst mit uns reden test 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 kassi kassi ja ja ist alles gut du kannst ruhig mit uns reden ja ich rede ja ich habe nur gerade nachgedacht und ich glaube ein mikro hat mich wieder rausgeschmissen ja das ist ganz besonderes über anstrengende kopf nicht so sehr das hat sowieso schon letzten zwei wochen schule waren anstrengend zu anstrengend dazu sage ich nichts zu schieben aber ich habe immer noch keine kohle raus bekommen bekommt man da jetzt doch keine kohle ich dachte man bekommt kohle die stuttgart kräftel herstellen er wird mich verarschen ich habe es kam ist ohne hämen und kam es dort vier aus das ist man wer du kannst kannst du nicht hören Warum erzählst du mir das erst jetzt? Weil das in der Questdingern auch schon drin stand. Ich kann kein Englisch. Cassie, was hast du für eine Spitzhacke zum Abbauen draußen? Ich hab bis jetzt gerade nur noch Holz. Dann mach dir eine Steinspitzhacke. Dann kannst du auch den anderen Mond scheiß abernten. Komm Amy und so eigentlich nochmal wieder, oder? Aber heiß ich nicht. Also das ist ja mal... Ich krabbel machen, man. Aber wie hat denn dann Sissi Broke Iron Ore rausgekriegt? Aus dem Moon Rock. Das kann gut sein, dann geh ich mal... Stimmt ja, unser Tor öffnet sich ja nicht mehr. Sorry. Hey, wir hatten hier hinten mein Loch zugebaut. Nee. Nicht ich. Extra so ein schönes Farbenloch gemacht und dann wird das zugebaut. Ist hier ein Beinmeiner drauf? Ich glaube aber. Äh, nee, nur 3D, Körpistet, bla. Gesundheit. Äh, Holzverlammert. Du baust das Ding mit einer Holzachse zum Beispiel ab und baust das ganze Ding ab. Er hat das einmal schon rausgefunden. Das funktioniert irgendwie nicht immer. Nee, nur wenn Leaves dran sind am Baum. Ah. Wenn keine Leaves dran sind, baut er das nicht ab. Die nächste Mission. Festation. Seeds, Melon. Pumpkin. Wäre eine Option, Weinmeiner Fleisch mit reinzumachen. Ah, ich bin jetzt erstmal auch weg. Okay. Wir haben uns im Team abgesprochen, dass ich nichts so weit mache, wenn die nicht dabei sind. Okay, nö, das ist gut so. Ja, sonst kommen die nachher irgendwann noch wieder heute und wir haben schon automatische Erzverarbeitung und alles. Ja, bis 23 Uhr lassen wir den Server laufen. Also, wenn die andere nochmal wieder kommen, kommen wir auch wieder. Okay. Dann sag ich tschö, ich geh hoch zu den anderen beiden, äh, drei im Verrückten da oben. Mach das, bis, deine, tschü, tschü. Tschö. Okay, tschau. Gessi, haust du mit drauf aufs Sieb? Hä? Kommst du mit aufs Sieb draufhauen, dass es doppelt so schnell geht? Dann geh nicht mal Fleischkohl raus. Oh, Tyrox, join the game. Yay. Da ist er. Bist du nicht mehr so alleine? Ja. Jetzt sammelst du alles ein, du Staubsauger. Boah, da kichert es wieder so dreckig. Tyrox, er ruht deine Oxygen-Flasche. Perfekt. Ja, die hast du noch tot umgelassen gehabt. Ja. Oh, Mist. So, oder mich? Das krieg ich jetzt aus, ich hab vergessen, Vollbild aufzunehmen. Jetzt hab ich die der Folge oben und unten am Rand drinne. Geil. Ey, aber jetzt Salz. Ich hab Lapis bekommen. Was hast denn du da in der Hand? Eine Facke. Okay. Äh, ich hab ein Dier. Und ein Eisblock. Ich hab ein Kohle, das kann erst mal weg. Die Sticks und das. Ich hab Silikon. Ähm, wir brauchen immer noch, wir müssen auf jeden Fall Moon Dirt sieben. Wir brauchen noch Accident Spores, ne Turf, Moon Turf. Muss mal sieben. Okay. Ähm, da hab ich, ne, ich hab nur Moon Dirt im Inventar. Was hast du, was hast du jetzt alles zuge, äh, gekriegt? Ich, ja, ich werf's jetzt so. Nein, das brauch ich. Okay. Ich hoffe, dass der Shadow noch mal ankommt. Naja, wenn nicht, dann kriegst du einen anderen Mitspieler rein. Ich spiel zwar grad Minecraft, aber, ja gut. Wenn er sich weitlisten lässt und nicht draufkommt, hat er Pech. Also, dann, hab ich schon gesagt, hol ich euch einen anderen Spieler rein. So ist es ja nicht. Äh, vollen Meteor brauchen wir noch. Hm. Äh, Cassie, kannst du mal'n Ofo craften? Ja. Können schon. Oh, ich hab'n Rocket Fuel Tank. Hm. Hm, den haben wir auch schon. Und'n Creeper. Ist gecraftet. Ich stell ihn über dir. Ja, über die Werkbank. Warum? Ich eigentlich... Mein... Also wir brauchen jetzt noch Turf, oder? Ja. Na egal. Das ist das helle... Fahre ich das hier hinten ab. Wenn wir jetzt aus dem Stein bessere Sachen rausbekommen haben. Na ja, wir kriegen dann... Wir können wieder Quests abschließen, wenn wir jetzt noch die Achse den Spores haben und dann noch ein paar andere Sachen. Mhm. Dann kommen wir wenigstens auch weiter. Ja. In dem ganzen Buch. Nein. Okay. Was hast du da hast? Ja, weil wir können ja unser ganzes Glowstone dafür verschwenden. Ja, warte ich bin gerade an. Ich hab schon drei Glowstone bekommen. Wow. Ja, krass. Von der leisesten Person auf dem Server hörst du das... Wow. Intensive gameplay. Ja. Genau. Doch ich hab Turf. Hm. Jetzt muss ich ernsthaft mal gucken. Hm. Accident Spores. Wo haben wir euch? Da. Was krieg ich euch raus? Aus Sand. Oder Mond. Moonturff. Hat ne Chance von einem Prozent weg. Mir doch die Füße. Wo hab ich denn jetzt all die Seeds... ... ... ... ... ... Äh, ich... ... muss jetzt echt mal was testen hier. Wenn das jetzt klappt, lass ich nen Besen. Äh, Leute. Lass mal zu. Äh, IO. 1, 2, 3. IO. Äh, Moonturff. Von YouTube. Was? Ne, das wollte ich nimmern. Da, hier. Äh, ich... ... mach mal meine Sachen hier rein. Das dauert und dauert und dauert und dauert... Was hast du denn davor? Ich will gucken, ob ich den Eisblock zu Wasser machen kann, den ich gekriegt hab. Dann können wir Zuckerrohr anpflanzen, weil wir brauchen das Buch für mein Chem. Können wir das hier irgendwo nicht brauchen? Äh, die Zombie-Eier? Zombie-Spawn-Eck? Ich glaub, die brauchen wir nicht. Ähm. Oh! Oh nein! Schmilzt, mein Eisblock, schmilzt. Ich kann den Kopf gar nicht sehen, weil du den Kopf... ... auf dem... ... mit deinem Kopf hast. Von nem Kopf. Ja! Ich, ich... Das ist ein Bug. Wir hatten vorhin extremste Probleme. Das hat was mit dem Festbuch zu tun. Secret. Ne, er hat nen Zombie-Kopf angezogen und den kann ich nicht sehen, weil er... ... nen Kopf... Video. Ah, Tyrox, du und deine Köpfe. Wie war das auf dem Vanilla-Server? Du warst der mit den meisten Köpfen, ne? Äh, glaub schon. Ihr habt mir aus Versehen irgendwie mal nen Stack, äh... ... von... ... von so nem Kopf gegeben. Uffs. Ich sag ja bloß Admin-Schwert und die ganzen... ... Wizzerskelette. Und dann die Farmwelt, die voller Wizzers war. Kann ich das Kä... Ich kann Käse essen! Die Dicke! Die läuft den Weg rum und dann hört das sie auf zu sieben. Ich kann Käse essen. Jetzt hat er den Käsegefell gegessen. Warum? Ja. Ich hab jetzt ernsthaft die Dicke gesagt, ne? Ja. Läuft. Aber nicht weg essen. Wir müssen auch noch Dirt-Moon Dirt sieben. Oh mein... Oh mein... Fisch... ... War das irgendwie so ein Backrezept in nem Item oder sowas? Äh... ... ne... Reiscake... ... ne... ... ne... ... ne... ... ne... ... ne... Das war echt Reiscake, 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 Reiscake. Wie war das... Ich mag mir Sagen. Z Tokx, wie war das die Folge? Kriegt ein Like. Ja, das war wirklich Wie klang die Dicke wieder von mir. Ich kann mir Pest abgeben. Ich hab Axel ins Bus. Ein Reward. Oh, fail. Oh, guck mal. Ich muss einmal sterben. Los, Leute. Ich muss erstmal Stein machen. Wo ist die Quest? Leute, ich muss sterben. Abhol. Wir haben einen Wasserblock. Dabei kann ich dir gerne helfen. Weißt du was? Uns fehlt noch ein vollen Meteor, dann haben wir das. Lass mich einfach hier stehen, okay? Cassie, kannst du die Quest abgeben? Hä? Was? Nee. Also bei mir steht da jetzt noch nichts von abgeben. Nee, hier bei GetTurfett. Das ist... Na lieber in den Queller, oder? Mit dem, äh, mit dem... Warte mal. Über dem mit dem Meteor ist das. Ja, könnte ich abgeben. Versuch das mal bitte. Ich kann das nicht abgeben. Ja. Jetzt musst du es abgegeben haben, ne? Also ich möchte auf jeden Fall, ähm, auf der Sonne ein Haus bauen. Ich habe einen Spawn-Paul gekriegt. Oder Mars. Was? Ein Spawn-Paul. Was ist das? Äh, komm, wir gehen mal zu Tyrox, wo wir gespawnen den Dorter. Ja, er ist grad gestorben. Tada! Oh, ey, ich würde jetzt... Nein, nicht... Nicht dem Paul! Paul? Harad! Nee, warte mal. Nein, der darf nicht... Doch. Nicht sterben! Das ist Paul. Ja, Paul ist... Ja, Paul. Ja, Paul. Schönes Gesicht. er hat paul umgebracht das war paul was macht paul stirbt warum weil er es kann es kam überraschend so wir haben schon mal drei kohle noch doch da gab es eine kristin kohl und zehn kohl dann kriegt man die erste maschine nicht cool ich komme nicht cool warum haben wir nicht schon 10 kackt noch nicht gemacht worden wir können das zeug ganz leicht verbrennen hier ist keine ordnung in den kisten ist das bewusst also das geht so nicht weiter dass das kann ich so nicht hinnehmen ich sag da jetzt nichts zu ist auch besser so nein 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 kassi kassi die ordnung in den kisten meister also hätte ich mich daran gesetzt dann wer das ordentlich ist du sagst du willst machen tun und hast von tuten und blasen keine ahnung eigentlich mein meiner ist nicht drin nein nein nicht dass ich irgendwas drauf komme und auf kassi ach du wenn ich du 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 Untertitelung des ZDF, 2020